Wenn ich das Ding einschlage, dann hören die mich. Wir hatten Glück, bis jetzt hat noch niemand versucht einzubauen. Ich habe keine Polizistik oder ARC, danke. Ich habe keine Polizistik. Ich habe keine Polizistik. Hoffentlich finden wir irgendeinen Überweis. Es wird nicht mal lange dauern. Das hier werden sie bezahlen. Eigentlich reagieren sie sofort darauf. sie reagieren überhaupt kein bisschen darauf die schweine verdammte optis die töten alles und jeden wer war das und Sooo, das ist schon mal nicht schlecht, läuft gut. Der beachtet mich gar nicht. Alle Verdächtigen drücken, Teile der Worte, Taimauer, Zünder, alles, was uns Hinweise auf den Täter geben könnte. Wir wissen, wer es war, ein augmentierter Terrorist. Natürlich, aber die richtigen Beweise werden spezifischer, als sie irgendwo in Gollens sind. Der schreit wie meine Mutti. Was soll ich denn in den Bericht schreiben? Sprengsatz? Ganz mal im Ernst. Verdammt. Was für ein Chaos. Es wäre ein Wunder, wenn wir hier was Brauchbares finden. Oh! ich muss ja alle k.o. schlagen es geht nicht anders auch die auch wenn ich nicht gerne mache sei so blöd und komm zu mir wir sind nur ein Zivilist so jetzt im ich ich Komm, geh endlich. Wir brauchen nur einen kleinen Hinweis auf die Ark. Jetzt brauchst du gar nichts mehr, hier ist ein E-Book, wenn es einer sucht. Interessant, man kann sogar nach oben. Wir brauchen einen EMP, Granada. E.M.P. 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 Was ist das? Ja, ja, so ist das Leben. Was ist das? 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 Ich gehöre zu Task Force 29. Ich dachte, ich könnte mich ein wenig umsehen. Falsch gedacht. Hier ermitteln wir. Und Sie und Ihre Jungs von der Task Force können sich woanders wichtig machen. Okay, vergessen Sie es. Was ist das? Das wird es. Was ist das? 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 Was ist das?